Ich komme dann jetzt zur letzten Bildungsdimension, zur kritischen Reflexion der paradoxen und restriktiven gesellschaftlichen Strukturen der Pflege, beziehungsweise zur Reflexion von Widersprüchen. Die wissenschaftliche Methode, auf die das aufbaut, ist die Dialektik, eine philosophische Methode zu einer vertiefenden Auseinandersetzung mit Zusammenhängen, die darin besteht, dass immer zu einer These eine Antithese aufgestellt wird und dann eine Synthese gebildet wird. Aus dieser Synthese kann man dann wieder eine These ableiten und die mit einer Antithese quasi konfrontieren und so weiter. Und so kommt man dann zu einer kontinuierlichen Vertiefung des Denkens. So nutzen wir das nicht in der Pflegedidaktik, sondern beziehen uns auf die verstehende Dialektik. Und da geht es darum, ja, zu einer These auch eine Antithese zu entwickeln, beziehungsweise diesen Widerspruch, oftmals sind das eben auch bestehende Widersprüche und braucht gar nicht erst eine Antithese entwickelt zu werden, sondern diese Widersprüche einfach in sich erst mal zu erfassen als Widerspruch und sie anzuerkennen und deren Bedeutung zu ermitteln. Wichtig ist hier noch der erste Spiegelstrich, dass das auf einem hermeneutischen und normativen Verständnis dieser widersprüchlichen Begriffe aufbauen muss. Denn man kann die Dialektik auch nutzen, um das Gegenteil zu erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. Also nicht die Erweiterung von Freiheitsspielräumen, Stärkung von Autonomie, sondern genau für das Gegenteil. Insofern ist es hier wichtig, also normatives Pflegeverständnis hier mit hereinzubringen, was ja aber in dem Modell der interaktionistischen Pflegedidaktik auch angelegt ist. Und diese, also mit diesem Denken in Widersprüchen sollen die Auszubildenden angeregt werden, Routinen, auch regelhafte Lösungen kritisch in Frage zu stellen, indem sie dazu quasi eine Antithese formulieren, indem sie dazu noch den Gegensatz aufstellen oder aber indem sie vorhandene Widersprüche, die ja in der Pflege, wie zum Beispiel der Widerspruch zwischen Autonomie und Fürsorge, der sich quasi alltäglich stellt, indem sie diesen Widerspruch quasi in der Widersprüchlichkeit akzeptieren und dann im Einzelfall überlegen, wie können, also welche Entscheidung macht hier Sinn, um also so viel Freiheitsgrad wie möglich quasi zu ermöglichen. Ich hatte ja eingangs auch gesagt, dass gerade in der Pflege Macht- und Herrschaftsverhältnisse eine große Rolle spielen durch die Abhängigkeit der zu pflegenden Menschen und dieses Denken in Widersprüche soll eben gerade auch die Auszubildenden anregen, also wirklich immer gewahr zu sein, dass Machtmissbrauch und Missachtung von zu pflegenden Menschen leicht passieren können und insofern diese, was ich eben gesagt habe, die Routinen und so immer wieder in Frage zu stellen. Und ja, den zweiten Spiegelstrich, das habe ich Ihnen eben auch schon erläutert, also es geht darum, die Widersprüche nicht einseitig aufzulösen, eben in die eine oder in die andere Richtung, weil das wird der Wirklichkeit nicht gerecht, sondern sie auszuhalten und dann die Handlungsspielräume auszuloten. Bezogen auf die Heuristik lassen sich diese vier Widersprüche unterscheiden. Innere Widersprüche der zu pflegenden Menschen, also diese beiden auf der Mikroebene, dann die Mesoebene, institutionelle, gesellschaftliche Widersprüche und Widersprüche der professionalisierten Handelns. Und hier sehen Sie einige Beispiele. Die ersten beiden Beispiele betreffen die inneren Widersprüche von Pflegenden, die zum Beispiel den normativen Anspruch haben, dass sie empathisch sein sollen mit zu pflegenden Menschen, aber mit ihren eigenen Gefühlen von Ekel, Angst, Neid und Rache konfrontiert werden können. Der dritte Spiegelstrich bezieht sich auf die zu pflegenden Menschen, deren Autonomiebedürfnis auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber ihr Abhängigkeitserleben, beziehungsweise auch die Einsicht ihrer Abhängigkeit. Dann ein institutioneller Widerspruch von Pflegeorientierung, beziehungsweise Orientierung an den Bedarfen der zu pflegenden Menschen und ökonomischen Interessen, also Markorientierung und schließlich einen Widerspruch professionalisierten Handelns, nämlich die professionelle rollenförmige Beziehung, also als Pflegekraft mit dem, was von einer Pflegekraft eben erwartet wird, was sie tun soll. Aber gleichzeitig auch der diffusen Sozialbeziehung, das, was niemand abstellen kann, das zu pflegenden Menschen eben als ganzer Mensch begegnet wird, als Frau, als Mann, also geschlechtliche Rollen oder aber auch, was Alter anbetrifft, als junger Mensch gegenüber einem Alten. Also diese diffusen Aspekte von Sozialbeziehungen spielen ebenfalls eine Rolle und diese beiden Ansprüche an Beziehungsgestaltung, die müssen quasi immer ausbalanciert werden. Ja, und so stellt sich das dann auch hier wieder in der Heuristik dar, dass zu diesen unterschiedlichen Perspektiven dann jeweils die Widersprüche aufgedeckt werden. Wenn Sie mit der Heuristik arbeiten, heißt das nicht und Sie analysieren damit zum Beispiel eine komplexe Pflegesituation, auf deren Grundlage Sie Unterricht machen wollen, dann heißt das nicht, dass Sie zu allen diesen Themen, die Sie dann hier identifizieren, auch wirklich Unterricht machen müssen, sondern das dient der Vorbereitung für die Auswahl von Zielen und Inhalten. Das heißt, Sie müssten dann auf der Basis der Analyse der Lernendenvoraussetzungen, auf der Basis einer curricularen Analyse entscheiden, welche Ziele und Inhalte Sie dann tatsächlich unterrichten wollen. Es geht auch nicht darum, oder mir ist das nicht wichtig, dass in jedem Kästchen das wirklich alles immer richtig zugeordnet wird, sondern wichtig ist für mich, wenn man mit diesem Modell arbeitet, dass der Horizont erweitert wird, dass einfach klar ist, welche Dimensionen mit zum Pflegeunterricht dazugehören und mit dazugehören, also um wirklich die Auszubildenden auf eine gute Pflege quasi vorzubereiten. Ja und damit bin ich am Ende meines Vortrags und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielleicht kann ich noch sagen, dass Sie im Anfang noch zwei Folien finden mit Literatur. Einmal Literatur, auf die ich mich bezogen habe und auch noch Literatur, in der ich selber das Modell dargestellt habe und diese Literatur stelle ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.